Du sollst dich nicht mit den Frauen aufhalten, Max, das wird sowieso nix draus, jetzt komm einfach. Ich will ja auch nicht, dass was draus wird, ich möchte ja, dass die sterben. Ja, es versückt mich, was du mit den Frauen vorhast, jetzt komm einfach. Die hatten noch nie Glück bei mir. Alter. Bei mir war's genau umgekehrt, ich hatte, bei mir ist wirklich genau umgekehrt, ich hatte noch nie Glück bei den Frauen. Weiß ich bin da mehr so der Hau drauf, wenn's um Frauen geht, ne? Moinsens und herzlich willkommen zurück zu Let's Play No More Room in Hell mit dem Max. Hallö. Und wir zocken jetzt zum zweiten Mal, beziehungsweise im zweiten Versuch, diese Map nach dem Mr. Competence, man nennt ihn auch Graf Souverain, beziehungsweise Captain Competence, in der letzten Folge hier, das Zeitliche gesegnet hat. Ja, ne, ich bin halt ein Max, der erfreulicherweise mit dir verwechselt wird. Ähm, hast du... Oh, scheiße, was... Nimm mal bitte die Sniper, wenn du kannst. Äh, nein, kann ich nicht, ich muss erst mal... Wie galt mehrere Hammer rum, weißt du? Und ist hier ne Sniper? Ja, die hab ich, warte, die hab ich, bleib, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich bin ja schon... Hier ist ein Sniper und dann ist hier die Muni dafür. Jetzt will ich den nicht nimm. Nein, ich möchte den Hammer nehmen. Ah. Damit ich wenigstens etwas da habe, womit ich mich dann auf nah verteidigen kann. Weil immerhin macht... Gibt ja auch noch gut Damage. Warte. Jeder Schuss ein Treffer. Raus! Nicht! Ja. Block mich nicht! Ich wollte dich gar nicht blocken, irgendwie ist der bei mir auch dumm. Ach man, solange die hier... Boah, alter, weißt du... Reinschlonzen, ey, ich schlon... Ganz ehrlich, ich schlonze jetzt einfach nur noch rein. Warm, Junge. Boah, weißt du, solange die hier uns zukämpfen, können wir aber auch nicht raus. Okay, warte, ich muss ganz kurz chillen. Der Typ ist außer Atem. Der kann echt gar nichts. Raus! Raus, 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 raus. Die eine mitgeben. Weil die... Wer hat ihre Nase nicht gefallen, wenn jemand fragt? Weißt du noch, wo wir langen müssen? Ja, vorsichtig, Kind. Kind! Du wirst bestimmt mal ein lustiger Vater. Junge, ich hab bald Praktikum im Kindergarten. Was glaubst du denn? Das wird lustig. Da machst du es genau wie hier. Auf jeden Fall. So, warte. Erstmal wieder zumachen. Warte, ich mach schon mit beim Hammer. Bam, Junge. So, reingeht's. Der Deutschunterricht suggeriert, wenn du als Kind jemanden ermordest, sag einfach... Die Pubertät ist schuld. So, äh. Boah, Alter. Weil der Musik drehe ich durch, ey. Oh shit, der hat einen Helm. Soll ich dir mal helfen? Ähm, nee, besorg du jetzt mal den Schlüssel. Du kannst dich gut... Der ist noch einer, warte. Bis doch du dir mal... Der Schlüssel... Der Schlüssel... Weh, wir müssen sowieso oben lang kommen. Willst du vielleicht die Sniper wieder? Nee. Ich bin nicht so ein gutes Sniper-Tier. Nee, lass mich durch, lass mich durch! Boah, Alter. Ich schwöre, ich teempel dich. Ich bin heute da inkompetent, sie auf live, ne? So, hier ist die Propagangasflasche. Propagang... Aha. Oder wie das geschrieben wird? Propan. Propan, ja stimmt, Propan. Hat nichts mit Propaganda zu tun. Ja, ich hau das immer durcheinander, sorry, VZ. Warte, lass erst doch kurz in alle Zimmer gucken. Jawohl, pass auf, wir haben jetzt noch ein Erste-Hilfe-Kit. Ich nehm das mal kurz für unter Gewahrsam. Ja, das werd wahrscheinlich ich als Erster brauchen. Wahrscheinlich. Nimm du mal bitte das Teil. Ja, Moment. Äh, können wir vielleicht noch Medikit und Sniper tauschen? Nein. Doch. Nein. Doch. Boah, ist ja gut, ey. Kommst du jetzt mal? Wo rennst du denn? Ich muss mich hier noch umgucken. Ich brauche meine weibliche Freiheit. Genau. So. So. Aber ich bin doch bald lösch. So, ähm. Ja, ich hab mal da reingeschmissen. So, ja, na, 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 na. Da ist ja noch ein netter Kollege. Ich glaube, ich hab... Was machen die beiden Kollegen hier? Ich hab eins... Nee. Alter, lass... Rette mich! Ich bin eingehängt! Ich bin eingehängt! Dann lass das Ding doch fallen. Boah, ey, na, echt. Captain-Kompetenz. Weil hier vor mir steht nämlich so ein netter Herr mit Helm. Was juckt mich, der nette Herr mit Helm? Du sollst ja bei einem Rentnerproblem helfen. Ja, der steht mir bloß leider gerade im Weg. Weißt du, so typisch über die Bevölkerung von Rentnern. Das muss leider gerade beseitigt werden. Alter, weißt du, ich hab ja schon einige lustige Rentnergeschichten erlebt. Zum Beispiel, als ich mal mit meiner Mom beim Aldi einkaufen war und so über den Parkplatz schlendere. Ein Sprinter! Ein Sprinter! Nein! Okay, kommst du jetzt mal? So, als ich mit meiner Mom beim Lidl war. Okay, renn kurz weg. Jetzt explodiert das nämlich gleich. Ach, du bist schon dort. Jaja. Vor Ort. Ja, ich bin... Ich bin dort vor Ort. Jetzt komm. Und ich bin noch nicht so schnell wie du. Ich renne schon wieder in die falsche Richtung, ey. Boah! Was machen die zwei nette Damen hier? Du hast aber auch heute die Kompetenz mit Löffeln gefrühstückt, ey, oder? Ja, hier sind jetzt noch zwei nette Damen. Du sollst dich nicht mit den Frauen aufhalten, Max. Das wird sowieso nichts draus. Jetzt komm einfach. Ich will ja auch nicht, dass was draus wird. Ich möchte ja, dass die sterben. Ja, es juckt mich, was du mit den Frauen vorhast. Jetzt komm einfach. Die hatten noch nie Glück bei mir. Ja, ja. Boah, Alter, bitte komm jetzt, ey. Ja, ja, wo muss ich lang? Ach da. Ja, pass auf. Ich habe gefindet. Ich bin dabei, ey. Ich stehe links neben dir bei der Wand, ja? Boah, Alter. Du, Alter, du bist echt dummer. Du bist nicht breit als der Türsteher, ja? Du bist dummer als der Toaster. Komm, eine H nach oben. Oh. Sagtest du? Mein E. Ich bin nicht so intelligent. Das heißt intelligent, ja? So, und jetzt follow me. Down the river. Oder wie das sieht, ja? I'm going to the river. Wie spät ist es eigentlich? Äh. Ja, wo läufst du denn schon wieder lang? Ey, hier hast du keine Treppe, ey. Was willst du denn, du Miss-Sign-Competent? Boah, Alter. Ich, ohne Witz. Ah, ich habe dich gefunden. Okay. Das ist ja gut, aber ich versuche, mich anzustrengen. Kann ich mal ein Team killen? Ähm, ich hoffe mal nicht. Aber dann fangen wir das Ganze nochmal von vorne an. Das ist mir sowas von egal. Soll ich mal gucken, wie spät es ist? Das kann ich gerade noch. 20.29 Uhr. Nein, kann man nicht. Schade. Aber ich soll jetzt meine wertvolle Munition für verschwenden, aber das ist mir jetzt egal. Lass mich durch, ich habe einen Hammer. Ich bin der Hammer. Ich bin der Hammer. Kind! Und du mir noch Medikit geben musst. Nix. Weil ich habe Taschenlampe. Ja, und ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier Zombie, ey. Ja, das wäre aber ganz nützlich für mich. Warte. Ja, komm jetzt mal. Kind! Ja, so musst du das in deinem Praktikum machen. Auf jeden, Junge. Wenn da die Kinder ankommen, Kind, dann gebe ich so einen richtig geilen Sidekick, ey. Ja, mit der Feuerachs, genau. Ja, noch, noch bist du orange. Okay, bei rot dann. Ich habe aber gerade freies Inventar. Lass mich mal ganz kurz mit der Uzi da rein sprayen. Ich kann mir auch um diese kleinen Kinder kümmern. Um die Plage der Menschheit. Welche aus Versehen entstanden sind. Genauso. Es, es war ein Unfall! Du warst ein Unfall! So, warte. Hau ich den hier weg? Äh, ich, ich habe für dich einen richtig geilen Vorschlaghammer. Warte, den Vorschlaghammer hier. Gib mir die Axt. Ja, Medikit. Axt. Medikit. Axt. Axt. Ja, Axt. Da liegt die Axt. So, und dann ist hier dein Vorschlaghammer. Danke. So, warte. Können wir hier irgendwo was... Und ein Medikit bitte noch. Können wir hier... Du... Boah. Warte. Ja. So, bitteschön. So, jetzt habe ich keinen Platz. Das ist ja... Tool. Lass erst mal gucken, ob hier doch irgendwas ist, was wir looten können. Denk dran. Wir brauchen alles. Wieso, soll ich den Schlüssel nehmen oder nimmst du den? Ja, ich nehme den schon. Warte. Ah, hier ist eine Sackgasse. Sehr schön. Äh, ne. Lohnt sich doch. Du weißt doch, wie... Dass ich das mit dem Verteidigen nicht so gut drauf habe, wie du. Warte, hier ist eine Uzzina von mir. Dann... Nee, du... Na, komm, dann nehme ich hier den Schlüssel. Warte. Ich besorge uns freie Bahn. Okay. Das finde ich total sexy von dir, ne? Ich weiß. Schlag! 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 Ach, du Scheiße. Medicate, gefälligst? Äh, nein, Bandage. Bandage. Äh, habe ich gerade nicht. Das ist... Die... Das kommt im nächsten Raum. Warum geht die Scheiß-Tür nicht? Ich brauche eine verfickte Bandage. Ich werde sterben. Ich werde zu sterben, Alter. Da ist eine. Wo? Da? Schütze mich. Warte. Nimm die Bandage. Nimm... Kind! 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 Ich kümmere mich drum. Okay. Alter, du bist rot live. Ich bin rot live. Ich kriege das... Das nächste Medikit kriege ich. Okay. Soll ich mir... Ach, du Scheiße. Alter, Junge. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht in diesem Durchgang. Das habe ich bei denen an der Treppe zu hart gefressen. Weiß was? Ganz ehrlich, ey. Jetzt reicht es hier. Jetzt... Jetzt kommt Badboy-GP. So, ich muss mich mal Kosmetikitten. Außer natürlich, wenn die Muni alle ist. Ich habe noch eine Glock, glaube ich. Oh, nee, die ist auch leer. Ha, dachte ich, ich hätte eine Glock. Bei mir ist gerade alles leer. Okay, warte. So, wir gehen jetzt einfach mal instant in den Wegschmauk. Kind, nein! Auch Kind, ey. Oh, nee, ey. Mein Kind. Lass mal eine andere Karte nehmen, okay? Okay, also... Nö. Oder zweiter Versuch, was von uns, wie ihm es gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin. Bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.